Mein Name ist Admir Aspiceci, ich bin Timo Lichy, Samen Daslani, ich bin Ulic Kacian, ich bin David Shukor, ich bin David Estasi, ich bin Denis Gerevielis, ich bin Vora Votias, ich bin Jonah Baceratovic, ich bin Justin Kakely, ich bin Leon Garjizaliu, Marcis Kassolo, ich bin Philipp Markovic, ich bin Chacha, ich bin 17 Jahre alt und ich spiele ein defensives Mittelfeld der Liga. Ich bin 18 Jahre alt und meine Position ist sehr verteidiger. Ich bin 17 Jahre alt und meine Position ist 10. Ich bin 18 Jahre alt und ich spiele die FC Stürmer. Ich bin 17 Jahre alt und ich spiele die FC Stürmer. Was waren deine bisherigen Vereine? Stefanow Ich habe für Chota Portemonna, Walshoff Manga FSV 08 Bissing und TSV Ultimo Wer ist dein Vorbild? Thiago und Casimini Théo Hernandez oder Cialano Kili Renbago Was sind deine persönlichen Ziele? Profi zu werden Profi zu werden und so weit wie möglich über Letzungsball durchzubekommen. mich weiterzuentwickeln, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen und vielleicht sogar auch noch mehr. Wie möglich spielen wir uns gleich mal im Ballon d'Or gewinnen. Und mit der Mannschaft dann? So weit wie möglich um mitspielen. Uns in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren und den Klassenerhalt so früh wie möglich. Okay, sehr schön, danke dir.